So, ihr widerlichen kleinen Maden. Oh nein, was machen wir nur? Seid gefälligst leise. Wenn ihr noch einmal etwas sagt, dann... Au, mein Kopf. Au, ich habe jetzt eine Beule. Oh mein Gott, das können sie doch nicht machen, Kinder. Einfach schlagen. Sei leise. Mein Kopf. Wir müssen das dem Direktor sagen. Ihr sagt gar nichts. Aua. Sag nichts, sag nichts. Aha, du jetzt auch. Au, mein Kopf. Bitte hören sie auf. Hören sie auf damit. Das ist nicht normal. Du jetzt auch noch. Und weil du einfach da bist und zuschaust. Wie können sie nur Kinder schlagen? Du willst noch mehr? Kein Wort vor niemandem von euch. Bitte hören sie auf. Hören sie auf. Ich sage, wenn Schluss ist. Boah, ich hasse euch, Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle am Pocken sterben. Also, wenn noch einmal jemand von euch den Mund aufmacht, bekommt ihr mehr als nur mit dem Lineal auf den Kopf. Habt ihr das verstanden? Sehr gut. Machen wir weiter. Wir brauchen Hilfe. Bitte, Leute, schreibt in die Kommentare, wie ihr uns helfen könnt.